Vielen Dank für diese spontane und starke Aktion am Wochenende an Markus Elstner und Wilfried Fesselmann, Aktivisten und Missbrauchsüberlebende im Bistum Essen. Nun, da dem sogenannten Ruhrbischof Hengsbach schon mal die Augen verbunden sind, fehlt es nur noch ein kleines Stückchen, um dieses Denkmal ganz von seinem Sockel zu holen. Hengsbach ist nun mit den Missbrauchsvorwürfen konfrontiert, zusammen mit seinem Bruder Minderjährige Missbrauch zu haben. Und wenn der amtierende Bischof von Essen, Overbeck, bei Einweihung dieses Denkmals schon von den Missbrauchsvorwürfen gewusst hat, welche Konsequenzen folgen, Herr Overbeck? Hey, was machen Sie mit meinem Denkmal? Hengsi, hattest du den Laden nicht im Griff? Wenn du schon mit deinem Bruder an Kinder rangehst, dann muss noch jede Unterlage vernichtet werden. Knappe Ratze! Warten wir mal ab, was im gleichen Prozess an Vorwürfen gegen dich noch so alles rauskommen wird. Ah, fang drüber! Die Lärger hat das Bodenpersonal. Wusste der Oberbeck doch tatsächlich bescheiden, dass du mit deinem Bruder Buddies feierst? 速est aucun Hochпер absolutely zu geben,llä es bleibt nicht besser. Auch wenn es so ist, Floinin tirar und geschmutzung aus der Gedächtnis, also nenhum Glück, um die Weltwe�도 verž technology zu entなんです im Griff, Bis zum nächsten Malte! So weird, Pepinands Code beimobravorwürfen, wir consec устрой,